Alle Mann fertig? Dann sind wir ja endlich am Start! Wie wird im GPS nicht mal angezeigt? Viel zu unwichtig, rein global gesehen. Ist doch der Sinn der Sache. Voll abtauchen, oder? Hallo! Ich nehm mal an, der Laden hier nimmt keine Kreditkarten. Auf dem Schild steht geschlossen. Wir suchen die... Wie heißt das noch? Tillerman Road. Ihr könnt euch hinbringen, aber zurück ist dann euer Ding. Ist das abgefahren? Wow. Gibt's hier nicht. Die Lämmer sind durch das Gatter gegangen. Hey, die Party kann steigen! Ich schwör's dir, dir geht was ganz Schräges ab. Was ist das für ein Ding? Bleibt alle mal beieinander. Da stimmt was nicht. Wir müssen uns aufteilen. Ja, gute Idee. Echt jetzt? Wir müssen hier weg. Jemand schickt die Dinger, damit sie uns holen. Ich fahr' gern. Eingang. Keine Bremsen. Kann nicht anhalten. Will es auch nicht. Wir haben ihn. Wiley, ich hab' ne Sendung für dich. Eilpaket, vermassel es nicht. In New York City... Hallo? Wiley? Wenn alles an dir hängt... Hey, Jersey! Beweg deinen fetten Arsch! ...kann eine Menge passieren.